Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu die Infizierten. Ja, es ist Winter geworden. Wir haben Dezember, Tag 49, 8.51 Uhr. Wir haben ein bisschen länger geschlafen. Ich habe die Nacht noch ein bisschen was erledigt hier mit der Kampfbasis da hinten. Ich habe ein bisschen die Kürbisköpfe versetzt, so dass wir den Weg vielleicht ein bisschen einfacher finden. Ja, werden wir sehen, ob es was bringt. Ja, ansonsten Winter, Winter, Winter. Und ich würde sagen, wir schauen mal hier rein, ob die Temperatur reicht. Sie fällt. Das heißt, ich müsste noch die Hose anziehen und die ist draußen. Das ist nicht ganz so gut. Ich nehme den Ständer mal wieder mit rein hier. Den stellen wir hier hin. Und dann werden wir mal noch die Hose anziehen, wenn wir rankommen. So, jetzt. Okay, super. Guti, dann schauen wir als erstes mal hier die ganzen Gerätschaften ab, bevor wir uns um unseren Charakter kümmern. Da haben wir schon wieder zwölf Öl. 24 Öl. Wir haben ja gestern Abend auch ein bisschen Kupfer und den ganzen Zeug hier eingenommen. Ja, da war also auch was möglich. So, ja, wenn wir schon mal hier sind, würde ich sagen, schön. Ich habe mich vielleicht entschieden, wie ich das mit der Vegetation mache. Ich werde das im Winter so karg lassen und im Sommer werde ich wieder die Vegetation reinnehmen, wenn ich es nicht vergesse. Diese Möglichkeit besteht ja. So, wie sieht es aus mit Essen? Wir könnten, weißt du was, wir essen von jedem mal eine Dose. Und dann werden wir hier noch mal ein bisschen was davon essen. Also noch eins. Wunderbar. Wie lange hält das noch? Oh, das sieht gut aus. Okay. Da brauchen wir uns also erstmal keine Sogen machen. Dann würde ich hier das Öl reintun. Hm, das kommt hier rein. Hier oben kommen die Schrauben zurück. Äh, die Nägel. Hier unten tun wir Lehm rein. So, dann können wir das mal hier reintun. Wunderbar. Und jup. Und jup. Halt. Will er nicht? Warum willst du nicht? So, ja, da würde ich sagen, wir schauen mal, was wir hier haben. Da ist nicht mehr viel drin. Mache ich mal hier fünf Stück. Davon nehme ich mal mit. Wir werden mal jetzt schauen, was wir hier alles ein bisschen anheizen können. Und ja, im Winter, wie gesagt, ist mir das egal. Da brauchen wir es eventuell warm, wenn wir die Früchte nehmen. Momentan nehmen wir die zwar nicht. Wir haben keine angebaut, aber, ähm, ja. Eins, zwei, drei, vier. Ähm, das sind eigentlich Steine, die sind unten besser aufgehoben. Ich werde das mal hier rüber tun. So, wie sieht es hier aus? Das sieht okay aus. Glas werde ich mal zurück tun. Mh, bam, 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 bam. So, dann das so machen, halt. So, und so. Wunderbar, so läuft das. Steine, Kohle. Kohle können wir, glaube ich, zurück tun. Ähm, und Holz. Wie sieht es damit aus? Dann tun wir das Stück Holz hier mit rein. So, wunderbar. Die Konservendosen. Einmal zurück. Und Federn. Tja, Federn. Das ist immer so eine Sache. Dann haben wir hier das noch. Wunderbar. Okay. Gut. Ja, da haben wir genug hängen. Das verdirbt uns eigentlich auch so nicht. Was wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt runter Sand und, äh, Eisenbrocken holen. Mal gucken, wie sich das hier austut. Okay. Wie schwer sind wir? Ein bisschen. Ein bisschen schwer. So, da sind das, ähm, 5. Da sind das 7,5. Da sind das 10. 12,5. Machen wir 15. Da sind wir auf alle Fälle auf der sicheren. Jawohl. Und das war eine gute Entscheidung. So, dann würde ich sagen, wir hauen mal das Glas hier rein. Oder beziehungsweise den Sand. Sehr schön. Und das wird gerade fertig. Super. Okay. Gut. Was haben wir hier drin? Wir haben einen Kupfer. Das ist sehr schön. Ähm, Aluminium. Aluminium kommt da rein. Was haben wir noch? Eisenbrocken. Die werden wir erstmal hier ausladen. Und den Sand lassen wir erstmal dabei. Jetzt werde ich den restlichen Eisenbrocken holen. Und dann werden wir drüben mal nochmal schauen, was wir da brauchen. Ich glaube, wir brauchen Nägel und Schrauben, ne? Ähm. Ja. So werden wir es machen. Das ist erledigt. Schauen wir hier mal. Elektrik, Maschinen, Eisenbahn, Schrauben, Schrauben, Eisenbahn, Elektrik. Acht Elektrik brauchen wir dafür. Ja. Kriegen wir mit Sicherheit hin. So, was haben wir heute eigentlich für einen Tag? Wir haben heute, ich muss nochmal schauen, Tag 49. Der erste Tag nach der Vampin-Nacht wieder mal. Anliegen tut eigentlich nichts, dass wir die... Wir könnten eventuell die Ressourcen schon wiederholen. Eventuell. Da hätten wir Aluminium, Kobalt, Kupfer. Ja, könnte ich aber auch die Nacht machen, ohne euch. Dann können wir lieber ein bisschen bauen. Aber wenn wir nichts zum Bauen haben, können wir auch nicht bauen. Eine, ein Teufelskreis ist das hier. So, okay. Ich tue das mal hier rüber. So, wie sieht das jetzt hier aus? Wir brauchten... Ich brauchte Schrauben. Das heißt, ich muss das jetzt leider übel verwenden dafür. Ja, lässt sich nicht ändern. Hier hat man keins mehr, ne? Ne, das war alles alle. Okay. Gut. Die laufen ja hier, oder? Das sieht gut aus. Sehr schön. Das sieht auch gut aus. Und der läuft auch. So, was ist mit dir? Ja, hat man dich nicht aufgefüllt? Hä? Hat man dich nicht aufgefüllt? Das ist ja eine Sauerei. So, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Das läuft auch. Das läuft auch. Was brauchst du hier? Schrauben. Hammer. So, dann brauchen wir nochmal 24 Eisenbahn. Und Elektrikteile. Acht Stück. 24 Eisenbahn. Jo. Das sollte man gerade so hinkriegen. 24 Eisenbahn, 8 Elektroteile. Sehr gut. So, ich nehme das mal mit, was du hast. Und dann würde ich mal oben Eisenbahn nochmal durchhauen. So, da haben wir das hier. Das. Und das. Jo. Guck mal her, hier. Quatsch. Was mache ich denn? Hier, das kommt da rein. Ich glaube, da müssen wir eine Glastruhe für sich machen. Kann das sein? Wird wohl so werden. So, hier kommt das rein. Dann nehmen wir das hier raus. Ändern das. Jawohl. Warte mal ganz kurz. So, dann kann der hier seine Ziegel machen. Und ich mache mal eine neue Kiste. Warte mal. So funktioniert das nicht. Was hast du denn schon wieder? Och, wow ey. So, ich brauche eine Kiste. Ein Königreich für eine Kiste. Kiste haben wir hier. Ja, würde ich sagen. Können wir die vielleicht mit hier oben drauf tun. Aber die ist Snapdip nicht so schön, ne? Schön. Haben wir es angezogen? Ja. Gut. Dann hole ich mal ein bisschen Holz hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, eins, zwei, drei, vierundzwanzig. Wunderbar. Okay. Machen wir drei Kisten. Dann machen wir eine davon, machen wir das Glas jetzt rein. Und die andere können wir uns ja nochmal überlegen, was wir damit machen. Na. So. Geben wir es gleich ein. Wunderbar. Oh nein. Jetzt hat er das hier kleingeschrieben. Nimmst du es? Nö. Das ist das, was ich liebe. Warum, warum wirst du das nicht verändern? Hammer. Hammer. Äh. Dann bleibt das frei. Dann nehme ich die jetzt als Glaskiste. Weiß nicht, was da immer kaputt ist. So. Na, also es geht doch. Warum nicht gleich so? Ähm. Dim-di-dim-di-dim. Warte mal, wir nehmen das Glas hier raus. Jetzt ist es denn wieder warm. Ich kriege die Krise hier. So. Dann können wir das nämlich da rein tun. So, dann können wir den Leben hier unten mit rein tun. So. Da ist das auch erledigt. Schrauben kommen hier mit rein. So, wunderbar. Ich brauche davon, brauche ich, äh, acht Stück. Jupp. Und was brauchen wir noch? Was braucht's noch? Eisenbahnen. Eisenbahnen sind in Arbeit. 24 Stück. Jupp. Der macht mir eben aus einem Stein macht der mir zehn Sand. und zwei Eisenbahnen. Und zwei Eisenbrocken, ne? Das ist ein unglaublich gutes Angebot. Hatte ich das hier alles mitgenommen? Ja. Ja, besser kann man es nicht haben, glaube ich. Deswegen. Da fehlt mir irgendwas. Da fehlt ja irgendwas. So. Da ist nix, da ist nix. Da sind zehn. Das reicht bei weitem nicht. So, dann machen wir die hier noch mit rein. Mh, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei. Sehr gut. So, Glas kommt hier rein. Mh, der Sand dazu auch. So, das kommt hier rein. Äh, was ist das? Äh, Mischer. Mischer. Rechts. Eigentlich ist es ja egal, ne? 17 Stück brauchen wir noch. Dann haben wir die auch fertig. Dann haben wir auch wieder eine Verwendung für den Sand. Da brauchen wir bloß Unmengen an Lehm. Das heißt, der Lehmfütterer, den müssen wir langsam mal anwerfen. Genau. Dafür braucht man doch Treibstoff. Verstehe ich eigentlich nicht. Ich hatte doch das mitgenommen. Ah, wer weiß. Wer weiß, was da wieder gelaufen ist. Okay. Ähm. Eisenbahnen werden gleich fertig. Was brauchen wir noch? 17, ne? Jupp. Da sind schon mal zehn. Wunderbar. Und? Sind 20, 23 Stück. Das würde ich erstmal hier voll machen. So, und dann nehme ich 17 mit. So, läuft das. Gut. Gut. So, mitnehmen. Mische. Links. Ja. Annehmen. Wunderbar. Na, komm mit. Irgendwie ist das ziemlich hell hier. So, läuft. Anmachen. Sehr gut. Wie sieht es hier aus? Mitnehmen. 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 Ach nee. Wann kommt hier eigentlich Freitag? Wann entdecke ich hier Freitag, der mir hilft? Das wäre echt mal eine Maßnahme. So, den nehme ich mit rüber. Ja, rein theoretisch müssen wir ein bisschen Blei holen gehen, ne? Erstens, wir brauchen Blei. Erstens, wir brauchen Stahl. Ja, irgendwie schon. So, ich schaue jetzt mal, wie es oben mit dem Wasser aussieht für uns. So, was sagt unsere Wasserflasche? Die sagt, trinkt das mal aus. Und dann setzt ihr mal was auf. So. Haben wir eine Zwiebel da? Ich würde jetzt eine Zwiebel so essen wollen. Darauf habe ich jetzt Bock. So, Zwiebel. Haben wir keine. Toll. Toll. Gar nicht mehr das schenken. Oh, wow. So. Okay. Gut. Was braucht man denn für dieses Speckessen eigentlich? Speckessen, Speckessen. So, hier. Essen und trinken. Da braucht man Ei, Rohr, Speck, Kartoffel und Zwiebel. Das ist alles das, was wir nicht haben. Sehr gut. Ne, ne? Eine Kartoffel hätten wir. Ei hätten wir. Hä? Was? Was fehlte da jetzt? Wir haben doch fast alles. Wir haben Ei, wir haben Kartoffel. Zwiebel fehlt. Äh, Zwiebel. Weißt du was? Ich probiere mal, ob wir hier eine Zwiebel anpflanzen können hier drin. Guck mal her. Machen wir mal fünf Zwiebeln oder so. Ja, ich weiß. Sorry. Das finde ich ein bisschen nervig. Rein, raus, rein, raus. Musst du ständig bei dem Spiel, aber du musst auch immer dich an- und ausziehen. Das ist, äh, naja. Es ist halt wie sie ist. So, was wollte ich jetzt? Wasser. Hm. 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 So, die war leer. Da haben wir noch was drin. Sehr gut. Hä? Hatte ich das nicht angemacht? Okay. Okay. Ist unser Strom alle? Hier kann nichts. Ah ja. Erstmal mal ein Ei, das kann nie schaden. So, wunderbar. Gut, wie sieht es hier oben aus? Das läuft, das läuft. Hier, ja mit Holz ist nicht viel. Mit Holz hat man mehr zu tun. Aber haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Wie gesagt, ich müsste jetzt eigentlich hier Strom dran machen. Strom, genau. Das heißt. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Was braucht denn der an Strom? Dann müssen wir mal ganz kurz schauen, was der an Strom braucht. So ein Stick ist, der braucht 40 Strom durchgängig. Das ist eigentlich nicht das Problem, glaube ich. Hm. Ich würde mal ganz kurz schauen, was wir hier, halt, was wir hier oben noch brauchen an Equipment. Man sieht das so schlecht. Bleibaren. Also müssen wir doch Blei holen. Ja, dann bleibt es nicht aus. Dann machen wir jetzt eine Bleirunde. So. Rein ins Auto. Ja, da holen wir jetzt ein bisschen Blei. Lässt sich ja nicht ändern. Was soll der Geiz? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Das ist doch jedes Mal dasselbe. Du lässt mich durch und das... Nee, aufregen. Ich könnte schon wieder quieken hier. Wenn ich Fundament setze, tun ja die Bäume nicht nachspawn. Da können wir uns mal eine kleine Halle bauen, wie man da am besten vorfährt. Ja, das wäre vielleicht mal eine schöne Sache. So, nehmen wir die Axt mit. Wunderbar. Ein gemütlicher Wintertag. Ja. So ist es schon, wie gesagt, von der Landschaft her ist das schon schön gemacht. Auch wie das so rüberkommt von der Grafik her. Kann man eigentlich nicht meckern. Wenn wir jetzt die Vegetation noch drin hätten, hätten wir es ein bisschen voller. Aber so ist es auch nicht schlecht. Im Winter ist ja eigentlich alles bedeckt. Da hat man dann die Schneedecke. Macht schon Sinn, so wie ich es eingestellt habe. Zumindest für den Moment. So, warte mal. Ist schon krass, ne? Da will man nur ein bisschen Blei holen. Und dann... So, ich werde mal ganz kurz schauen, wie es hier aussieht. Mit Kupfer. Eigentlich so... nicht schlecht. So, machen wir mal die Kisten voll. Mhm, 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 mhm. Sehr gut. Mhm, 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 mhm. Sehr gut. Okay. Ja, dann gehen wir nochmal rein. Und holen uns noch unser Blei raus, was wir brauchen. Brauchen wir ja jede Menge momentan. Das ist ja das Schlimme daran. Momentan irgendwie für alles. So, wunderbar. Okay. Ich schau mal hier hinten. Ah, siehste. Sehr schön. Okay. Dillum, 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 dum, dum, dum. Okay. Ähm, Blei. Wie gesagt, wir brauchen es für Stahl. Wir brauchen es für... als Blei selber für die diversen Gerätschaften, die wir eventuell bauen oder haben. Ich bin ja gespannt, wenn irgendwann mal irgendwelche mutierten Tiere hier noch Einzug halten. Also sprich, menschlich veränderte Wesen. Eine menschliche Spinne. Wahnsinn. Man guckt einfach zu viel Fernsehen, ne? Mit dieser immer noch haben wir, dass sich aus dem Schild셔야. Jaguartament. Serv dissipationcase. Gew Commission. Alle gemenchenwarean. Und jetzt hier. Dann gehen wir hier, eine der Schweine. Zeit bereich. Phase psych corporativ. Beideich. J bubbereich. spoilers. oh, der hat noch gelebt Miststück ja, das ist mir doch einer so, dann würde es das wohl jetzt erstmal gewesen sein wir schauen nochmal nach den Extraktoren und wenn die nichts mehr haben nachproduziert dann verschwinden wir da ist noch ein Stein den nehme ich noch mit wunderbar da haben wir doch ein bisschen Blei wir haben auch ein bisschen Eisen wieder, das heißt ich würde den Großteil des Bleis eigentlich erstmal als Stahl umwandeln dass wir ein paar Sektionen wieder fertig bekommen oder Segmente und dann ist es das so, ich gehe erstmal hoch das oder hier erstmal ausladen vielleicht wenn wir Steine dabei haben läuft so, dann hier gib ihm denn das ist auch wichtig oder mit am wichtigsten Stahl kann man ja so leider nicht herstellen nur über diese Sache hier allgemein muss ich ja sagen wer sich solche Spiele ausdenkt der hat doch immer ich will also ich will gar nicht wissen wie viel Zeit derjenige dann immer damit verbringt sich diese Kombination von Ressourcen auszudenken was wie viel vor allen Dingen wo wobei das wo wo es dann vorkommt wo es gefunden wird dann wahrscheinlich der kleinere Aspekt ist aber sich das hier einfach auszudenken und zu sagen das ist so und das ist so und das läuft ist schon ist schon klasse kann man ja nur sagen das ist Kupfer das können wir so reintun jawohl das tun wir zurück das ist wertvoll so dann würde ich sagen wir können bei den Ziegeln das hier rüber tun naja ich weiß Hammer Schuhe behalte ich an so was haben wir noch das können wir hier mit reintun das kommt da mit rein die Zwiebeln sind wir glaube ich fertig da können wir dann eins reintun und dann war es das erst mal holen wir den Rest ein bisschen voll wie gesagt wir müssen noch mal eine Kiste hinstellen bei dem bei dem Steinmühler oder Steinmühler da hier wüsste ich manchmal der da das kaputt macht da hat 2424 hier die den Steinprescher hier das war da rum kommt das Haus mal hier mit rein da ist das weg was ist denn das eigentlich hier Blei geben wir das Blei wieder her ähm so dann machen wir das noch sehr schön halt das ist fertig dann können wir hier gleich nachfüllen ne so nicht 1 2 3 4 sehr gut das kommt hier rein mhm Kohle können wir hier unten reintun ist wieder ein bisschen kupferfertig geworden aber nicht viel aber ein bisschen was ok das nehme ich mit das nehme ich auch mit und die sind alle leer sehr gut gut Steine werfen wir gleich hier drüben ab das funktioniert äh was hat denn der drin oh wow wie gesagt ich brauche hier eine Kiste eine Kiste so brauchen wir 8 Bretter werden wir uns gleich mal drüben holen müssen wir aber wahrscheinlich mal ein bisschen Holz schlagen so ok dann haben wir schon wieder ein bisschen Eisenherz weggemacht nicht schlecht 1 2 3 4 5 6 7 8 ja es braucht alles eben viel Elektrikteile oder ähm Eisenstahl was auch immer und ja dann ist es das eben ne was willst du machen die brauchen noch ein bisschen die sind fertig sehr gut ok gut was haben wir hier Kupfer und Eisen sehr gut ok ok der LKW war leer wir haben es jetzt ähm 20 Uhr ja gute halbe Stunde Hammer was machen die hier die werden wir gleich nochmal gießen das ist ne sehr gute Idee ich würde aber nicht gerne mein sauberes Wasser dafür weggeben wollen so die drei Skorpione haben uns auch ein bisschen was an Essen gebracht so wunderbar ok dann können wir uns demnächst wieder eine schöne Zwiebelsuppe machen oder wir probieren mal irgendwie so ein leckeres Gericht aus schauen wir mal so wunderbar gut die wir können mal schauen wir können vielleicht mal hier ein paar Pilze essen sehr gut so Auto war soweit ok hier sieht es auch wirklich super aus die werden wir irgendwann umsetzen das könnten wir schon mal umsetzen jetzt stelle ich mal derweile darunter so ja ja warte mal das können wir vielleicht noch hier lassen aber das können wir vielleicht schon mal umstellen wir brauchen für nächstes Jahr jetzt ist die Frage wie teilt man das auf wenn man hier so ein bisschen Gewächshaus macht solange wir noch keins haben wäre das ja auch kein Problem oder es muss bloß warm bleiben das ist die Bedingung so das ist ok und dann machen wir das hier noch hier rein wie gesagt denn ich vermute mal wir werden nächstes Jahr oder lange noch nicht beim Dach vorstoßen ich weiß es nicht ich kann es nicht genau sagen aber ist mal so eine Vermutung das Dach werden wir hier drauf kriegen das ist nicht das Problem wir werden auch einen Ofen da rein machen können das ist auch nicht das Problem apropos Ofen da könnte man mal schauen könnte man vorne rechts die Küche machen das wäre schon eine Idee ne ja so wie sieht es da aus zwiebelmäßig läuft ok der ist hier fertig der ist auch fertig das gab aber jetzt glaube ich richtig viel gutes Kupfer sehr schön so stelle ich mir das vor und so soll das sein da fehlt uns irgendwie was ne warte mal das tun wir einfach nochmal mit durchjagen dann ist das erledigt so sind das überall 9 äh 10 meine ich ist doch ein 9er dabei siehst du so ok gut wir schauen nochmal hier oben beim Strom was hier fehlte hauptsächlich Bleibarn da haben wir keine Bleibarn und Kobalt Kobalt haben wir da Kobalt können wir was verbauen das ist nicht das Ding ja da wird man morgen wir wahrscheinlich wieder eine Runde machen müssen für die Ressourcen das wird dann schon wieder an der Zeit ok gut ja da würde ich sagen das ist das für die Runde gewesen sein müssen es nicht unnötig in die Länge ziehen ähm es nimmt Form an ihr seht es es nimmt Form an langsam aber allmählich äh ich weiß noch nicht wie ich das mit dem Strom hier verbinde müsste ich mir mal den Gedanken machen am besten wäre natürlich das kann ja da drüben bleiben wenn ich hier einen Verteiler mache und dann äh warte mal kurz wenn ich hier ähm Wand mache eine Holzwand wie sieht denn das aus wenn ich hier eine Holzwand mache geht das überhaupt ne das geht nicht ich könnte es aber dort machen dort machen dann könnte ich das Kabel runterführen hier raus das könnte man machen müsste ja denselben Strom haben und dann könnte man die anwerfen ähm platzierbares Strom Eisenbahn, Kupfer, Kobold, Schraube das kriegen wir hin wow ist bei dir kaputt okay ich lasse mir das einfallen und wir sehen uns nächste Folge wieder bedanke mich fürs Zuschauen macht's gut tschau tschau und auf bald